Das ist die Geschichte von Sascha und Anna aus Berlin. Sie haben Besuch von Sam aus Amerika. Sam kann nicht sehr gut Deutsch sprechen. Nick findet heraus, dass Sam sehr, sehr reich ist. Ist Sam in Sascha verliebt? Ist Sascha in Sam verliebt? Und in wen ist Nick verliebt? Hier ist die nächste Folge von extra. Musik Musik Job. Job. Stuntman. Alter. 20. Nein. 30. Das wirkt besser. Charakter. Zuverlässig. Selbstbewusst. Und nervenstark. Feuer. Wo brennt es? Das ist der Rauchmelder. Weiß ich. So ist besser. Das hier war das Problem. Möchte jemand schwarze, gekochte Eier? Nick? Sind das deine Eier? Was? Ich hab's gewusst. Was machst du nur? Spinnst du? Oh hi. Are my eggs ready? Meine Eier? Sam? Deine Eier? Was machst du nur Sam? Spinnst du? Sam? Ähm. Die Eier sind total schwarz. Ähm. Möchtest du lieber Käse? Hm. Danke, Sam. Möchtest du lieber Käse? Was machst du an meinem Computer? Gar nichts. Tja, Ladies. Eines Tages werdet ihr sagen... Johnny Depp? Ah. Nein, danke. Brad Pitt? Nein, danke. Aber Nick von nebenan. Der coolste Stuntman der Welt. Warst du ein Stuntman? Ja, klar. Ich hab einen Job. Übers Internet. Ich warte nur noch auf die Antwort. Ein Stuntman. Das ist ja super. Was? Der coolste Stuntman der Welt? Auf einem... Mopeds? Nein, Baby. Auf einer coolen Harley Davidson. Wow. Famous Stars. Oh. Oh. Und viel Geld. Schau dir Claudia an. Ich will auch so'n Kleid. Oh. Genau das Richtige für mich. Wie viel kostet es? Mal sehen. Was? So viel? Ich bin Studentin. Das ist zu teuer für mich. Ich arbeite. Das ist zu teuer für mich. Wir können nicht mal die Rechnungen hier bezahlen. Wir haben nie Geld. Ach. Ja. Wir brauchen mehr Geld. Mehr Geld. More Money. Ah. Sascha. Anna. Sam. Psst. Das ist ein Geheimnis. Sam? Bist du das? Ja. Verstanden. Okay. Psst. Don't tell the girls. Was ist ein Geheimnis? Ich muss euch etwas zeigen. Ja. Ja. Ich bin sicher, dass Anna und Sascha ein bisschen Geld haben. Die Klappe, Nick. Ihr wart immer sehr nett zu mir. Ja. Deshalb will ich euch Geld geben. Ja. Ich suche mir einen ... einen ... ah ... Job. Super, Sam. Das ist eine gute Idee, Sam. Ja. Gibt es im Internet gute Jobs? Na klar. Hey, Sam. Was ist denn los mit dir? Du musst doch nicht arbeiten. Du hast doch Geld. Aber ich will arbeiten. Okay. Hier. Jobangebote. Und was steht da? Hm. Ein Job in einem Waschsalon. Sam. Nein. Hier. Ein Job als Gärtner. Meine Pflanze. Meine Artenpflanze? Nein. Und hier ist dein Job als Koch. Möchte jemand schwarze, hartgekochte Eier? Nein. Ah, warte mal. Hier. Das ist gut. Ein Job als Kellner. Ja, genau. Wow. Gutaussehende Kellner. Find ich super. Hey, hast du gutaussehend gesagt? Hier bin ich. Nein, Nick. Sam soll als Kellner arbeiten. Kellner? Ja, klar. Als Kellner. A waiter. Me? Ja. Hey, kein Problem. Ich zeig's dir. Super. Mom. Guess what? I've got a job. Nadja. Sam will einen Job. Aber das ist sehr schwierig. Als was kann er arbeiten? In einem Waschsalon? Oh, nein. Als Gärtner? Oh, nein. Als Koch? Als Gärtner? Möchte jemand schwarzer? Oh, nein. Ah, hartgekocht. Oh, nein. Aber dann haben wir einen Job für Sam gefunden. A waiter? Me? I'm gonna be a waiter. Mom? Mom, are you okay? Ja, hallo? Stefan. Ja, hallo? Stefan. Ja, hallo Stefan. Wie geht's dir Stefan? Ja, hallo Stefan. Heute Abend? Zum Abendessen? Ja, gern Stefan. Ja, fantastisch Stefan. Bis dann Stefan. Das war Stefan. Nein. Der will mit mir essen gehen und über meinen neuen Job sprechen. Wer ist Stefan? Er ist Saschas Chef. Ja, er ist total reich. Und sehr intelligent. Was ziehe ich an? Hilfe! Ich habe nichts! Alles zu ziehen! Oh, nein! Ich werde Stefan. Kann nicht mal Motorrad fahren. Ich hoffe, Sascha bekommt einen besseren Job. Aber ich habe gehört, dass Stefan einen Spitznamen hat. Nein! Welchen Spitznamen? Oktopus! Muss sie ihn alleine treffen? Nein! Sascha braucht Hilfe! Die müssen ihr helfen! Yeah! Was soll ich sagen? Ich habe nichts zu sagen! Gut! Hey! Ich habe eine Idee! Sascha! Wir können doch alle hier zu Hause essen! Ja! Wir können zusammen mit Stefan sprechen über deinen neuen Job! Hier! Nein! Das geht nicht! Ich kann für euch kochen! Nein! Das geht nicht! Komm schon, Sascha! Bitte, Sascha! Ja! 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 Und ich! Ich bin Dirk Kellner! I wanna be your winner! Okay! Okay! Aber mach keinen Unsinn! Stefan ist mein Chef! Ich schreibe Stefan eine E-Mail! Kein Problem, Sascha! Wir haben alles unter Kontrolle! Du bekommst deinen Job! Guten Tag! Guten Tag! Haben Sie einen Tisch für mich? Ja! Ich habe einen Tisch für Sie! Möchten Sie hier sitzen oder da? Hier! Ja, bitte? Ah, okay! Die Rechnung! Nein! Nicht die Rechnung! Die Speisekarte! Ah! Die Speisekarte! All right! Okay! Nein! Nicht die Speisekarte! Was gibt es heute? Zu essen? Ja, zu essen! Ah, ja! Das Gericht des Tages ist Pudelauflauf! Pudelauflauf? Ja! Du meinst Nudelauflauf! Okay! Nudelauflauf! Aber was ist Pudelauflauf? Das hier ist ein Pudelauflauf! 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 Wie läuft's? Super! Nick ist ein super Lehrer! Ja, zeig es uns mal! Sams Café ist jetzt geschlossen! Ein Paket für Sascha Meier und Ange Schmidt! Dankeschön! Sascha! Schau mal! Für die liebe Anna von S? Für die hübsche Sascha von S! Wer ist S? Das muss Stefan sein! Was ist das? Sascha! Schau! Das ist Claudias Kleid aus der Zeitschrift! Woher weiß er das? Oh, er ist so intelligent! Und jetzt ist das nicht Claudias Kleid, sondern Saschas Kleid! Danke, Stefan! Sascha, dein Chef ist so nett! Aber warum hat er mir ein Kleid gekauft? Ich hab ihm eine E-Mail geschickt und von dir geschrieben. Great! Yeah, great! Stefan! 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 Er will über meinen neuen Job sprechen! Ich bin so nervös! Er hat mir sogar ein Kleid geschickt! Danke, Stefan! Sein Spitzname ist Oktopus! O-K-T-O-P-U-S! Er geht! Sam und ich werden ein nettes Essen für Sascha und ihren Oktopus organisieren! Yes, I know I've never picked up a tray in my life, but Nick best trained me well! Wow! Heiß! Ja, Nick? Die Suppe. Heiß. Die Suppe ist heiß. Ein bisschen. Hallo, Stefan! Sascha, da ist ja meine Prinzessin. Komm rein, Stefan. Sascha, du siehst fantastisch aus. Und du bist sicher Anna. Seid ihr Schwestern? Und eure Kleider. Fantastisch. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Keine Ursache. Es ist mir eine Ehre. Das hier ist Nick. Hi. Und das hier ist Sam. Aus Amerika. Aus Amerika. Hello, Sam. Hallo. Und wie geht's dem Präsidenten? Sehr gut. Danke. Danke. Meine Eltern essen oft im Weißen Haus. Und ist das ein gutes Restaurant? Nein. Es ist das Haus des Präsidenten. Danke, Sam. Sam spricht nicht so gut Deutsch. Komisch. Also, Sascha, so eine schöne Wohnung für eine wunderschöne Lady. Das Essen ist fertig. Bitte. Setzt euch. Hey Sam. Na los. Heute gibt es Stinkebrot mit Ei. Lecker. Mein Lieblingsessen. Stinkebrot mit Ei. Schinkenbrot. Sorry. Schinkenbrot mit Ei. Der Typ ist gut. Wo habt ihr den denn her? Aus dem Weißen Haus? Stinkebrot mit Ei. Es riecht wie Stinkebrot. Also, Stefan. Wollen wir über die Arbeit reden? Sascha. Dein Lächeln ist so süß. Dein Lächeln ist total falsch. Ja, Sascha. Und mit deiner Figur wirst du auch viel Erfolg haben. Ja? Ich glaube, du bekommst einen besseren Job. Der zweite Gang. Hundesuppe. Was? Hundesuppe. Hühnersuppe. Oh, sorry. Hühnersuppe. Ich wette, es schmeckt wie Hundesuppe. Was nicht? Ja, das wäre schön. Ja, Sascha. Willst also einen besseren Job? Ja, Stefan. Also, ich... Und wie sehr willst du einen neuen Job? Hm? Du Blöder! I'm sorry. Bring mir einen Kaffee, du Trottel! Trottel? Also, zurück zum Thema. Lass uns über dich und mich reden. Ah, Sascha. Du hast so schöne Augen. Warte nur, du Schleimer. Der ist kalt. Ich will einen heißen Kaffee. Einen heißen Kaffee. Einen heißen Kaffee. Hot Coffee. Er will einen heißen Kaffee. Einen heißen Kaffee? Das hier wird ihm Feuer geben. Super. Man muss hart arbeiten für sein Geld. Was? Hart arbeiten? Oh, Git! Du Idiot! Willst du mich vergiften? Spinnst du? Sprich nicht so mit meinem Freund! Halt deinen Job! Du Schleimer! Du Außerwass! Und die Kleider, die schicken wir zurück! Welche Kleider? Na, die hier, die hast du uns doch geschickt, oder nicht? Ich? Ich würde nie Geld für dich ausgeben! Niemals! Tschüss, Stefan! Du bist gefeuert! Zu spät! Ich kündige! Sorry, Sascha. Es tut mir so leid. Das macht nichts! Sein Geld ist nicht alles! Hey, warte mal! Wenn Stefan die Kleider nicht geschickt hat, wer dann? Für die hübsche Sascha von S. Es ist nicht Stefan! Es ist Sam! Ach! Du? Aber warum schickst du uns Kleider? Als Dankeschön! Oh, Sam, die Kleider sind total teuer! Woher hast du das Geld? Ähm, Anna, Sascha, ich muss euch etwas sagen. Oh nein, jetzt geht das wieder los! Ähm, in Amerika habe ich Geld. Ja, weil du in einem Museum arbeitest, ja? Ja, das Museum auf den Fotos. Ich wohne in einem Museum. Okay, ich glaube, er arbeitet in einem Museum. Ja, genau, genau. Und da hast du das Geld dafür gespart. Ja, ja. Okay, wir schicken die teuren Kleider zurück. Aber vorher gehen wir aus, in einen Club! Hey, Sam, nee, kommt mit! Ja, aber wohin? Ins Babylon! Nein, das ist total out! In den Energy Club! Ja, Sven Veed war letzte Woche auch noch! Nein! Äh, Jungs, wir gehen schon mal runter! Hey, Sam! Du bist ein echter Freund! Weißt du, Geld ist wirklich nicht alles! Und was hast du mir gekauft? Warte mal! Hey, Mensch, Sam, das ist ja klasse! Okay. Warte mal! Er hat mir kein Motorrad gekauft! Er hat mir kein Motorrad gekauft! Danke, Sam! Es ist wirklich... Es ist okay, don't mention it! Komm! Ich nimm dich mit! Sag mal, Sam, willst du immer noch als Kellner arbeiten? Äh, nein! Ich werde Stunnen! Ich werde Stunnen! So du nicht! Stunnen! Oh, die Stunnen! Wow! Mom? Um... Have we got medical insurance? Jetzt heißt es, tschüss, bis zum nächsten Mal! Aber was passiert in der zweiten Serie von Extra? Verlieben sich Anna und Nick? Verlieben sich Sascha und Sam? Oder verliebt sich Nick und die Tarante? Hm, wer weiß, das dürft ihr nicht verpassen! Bis bald!